so irgendwas schreibt hier schon wieder so sammeln wir noch fünf steine ich bin dass unsere baumschlitten nicht funktioniert irgendwie blätter nebenbei noch sammeln so sind hier keine steine so hießt noch ein baumstamm ok wir sind voll das auto ein baumstamm nehme ich mal mit nichts drin und ich kann sie nicht aufstehen weil ich keinen stock mehr habe bis die haben uns angreift sind wir nicht mehr geschützt wir könnten schlafen nein können wir noch nicht aber gleich haben wir könnten schlafen zum glück hat uns nicht getroffen wir haben noch unsere komplette rüstung aber hat uns gesehen das ist total blöd mist da bin ich wieder fertig gesehen der typ der draußen rumläuft wir könnten schlafen ich hoffe er ist jetzt weg normalerweise ja und ist doch irgendwas irgendwas ist da unten so wir haben hier heidelbeeren wo ich noch andere sammeln also wäre samen heidelbeerstrauchsamen ok ich habe hunger ich esse mal diese getrocknete fleisch trinke mal ein bisschen wasser wir haben jetzt nur 26 prozent schmutziges wasser und wir und sagen muss noch nicht weg dann esse ich hier noch ein fisch und ich habe hier noch kleines hohes fleisch aber ich dachte her so ich wollte stecke sammeln gehen ich mache mir mal wieder auf den weg teilen wo finden wir hier gut stecke hier könnte es eigentlich mittlerweile sein das ist doch bestimmt irgendwann ein paar stecke dann viel erfolg beim suchen danke ich habe übrigens in einem anderen spielstand habe ich auch mal schmutz gefunden und konnte mich tatsächlich dadurch meine meine tarnung aufbessern bis ich auch gerade sagen schmutz dann ist mir aufgefallen oder schlamm oder hier ist ich habe zwei exen geht und er gerade so auf hasenjagd irgendwie wenn man welche sucht findet man keine und wenn man nachts ist kann man nicht mehr zielen wir haben ich habe jetzt die komplette tarnrüstung an teilen komplett was ich möchte mal nachsehen in der statistiken wie das jetzt ist und dass die to do liste nein ja tarnung 100 prozent geil rüstung 200 punkte saugeil ich habe es nicht mehr als zwei graue ich sehe vier und ein paar vögel ich habe tarnung 100 prozent die dürfte ich gar nicht sehen es ist nicht so dass du irgendeinen generator hast der die unsichtbar macht die rennen gerade alle auf sich zuteilen sollte helfen ja ok ich bin unterwegs bist du kurz über den fluss drüber vier stück auf einmal ist doch ein bisschen viel ich komme von hinten vielleicht stehen die drauf also pass auf das ist plötzlich irgendwie ganz viel teilen auch nein ok eingetötet echt verdammt das sind das sind zehn oder so also du kannst mich noch wiederbeleben aber ich habe noch drei rüstungen aber ich hatte keine aussage mehr zum weglaufen also muss ich kurz das inventar was essen das hätte das vielleicht in den rucksack legen ab ins haus ab ins haus du hast nicht ewig zeit wieder zu leben verdammt die greifen das haus an verdammt mich verfolgen ich habe keine aussage mehr ich glaube ich bin tot 56 leute ich habe ich dich wieder belebt nein aber der bank war voll dann mach nochmal geht's nicht ich bin selbst gleich tot wieso sind das so viele ich weiß müssen wir außer wir werden verschleppt oder wir hören für heute auf drücke eh zum neu starten ja dann sind wir wieder beim flugzeug starten wir dann das gesamte spiel neu nein wir können unsere leiche looten und haben dann alles wieder ok machen wir das oder ok ansonsten hatte ich den spielstand ich habe jetzt auf e gedrückt zum neu starten und plötzlich hier gibt es plötzlich neue sachen ja bei mir nicht aber sammeln mal das tablett ein das habe ich das war beim ersten mal irgendwie nicht da ja gut ich lauf mal zu meiner leiche und loote die vielleicht war es beim ersten mal nicht da weil ich einen singleplayer spielstand gemacht hatte ja gut klar das stimmt natürlich auch fuck jetzt ist mein handy leer mal kurz auf k ist doch neue koffer nein wo ist unsere ach du scheiße sag mal ist das da hinten ähm nee das ist das gleiche glaube ich da ist eine höhle natürlich gibt es das im singleplayer nicht das tablett weil es da komplett sinnlos ist das zu haben ja aber ich bin am verhungern und es gab ja nichts zum flugzeug weil ich das vorhin alles gegessen habe also für mich war alles voll und ich habe das wo bist du denn ja gerade auf dem weg dahin ich habe halt keine ausdauer ne also keine energie ich muss also gehen kann ich laufen ah da von da rechts kommst du ich habe jetzt das tablet ich kann dir ein energy drink und sowas geben ja es ist ja eh nicht weit bis zu unseren sachen so ausrüsten ich bin noch nie so schnell gestorben aber wobei du hast ja auch schon ein paar tage gespielt also kein wunder dass da mehr kam die sind immer noch da die sind doch echt immer noch da tyron ja ich muss trotzdem irgendwie an mein zeug rankommen mhm vorher kann ich halt nichts machen äh soll ich dir jetzt schnell was zum essen und trinken geben ne brauchst du nicht ich kann einfach hier rüber zu unserem haus wenn nicht dann lade ich einfach ich kann ja zur not auch einfach einmal rausgehen du lädst mich wieder ein und dann habe ich wieder den charakter von eben da sind noch ein paar koffer die sollten wir nachher looten ja nachher nicht jetzt vielleicht keine ausdauer mehr wenigstens hast du ein bisschen ausdauer so ich liege da vorne hast du den baum schlitten gemacht nein warum weil er bei mir blinkt äh auch wieder volle energie ist doch schön ich habe meinen ich konnte die flugzeugachs nicht mehr tragen weil du ne neue hast ja wo ist meine flugzeugachs keine ahnung ist die jetzt weg oder liegt die hier doch irgendwo ich glaube die ist weg die flugzeugachs nicht mehr klasse ja ich hatte die so stark gemacht ich greif ne tussi an ich greif den was von hinten an die flugzeugachs ist so langsam das katana auch ach ne warte das ist mega schnell ach was ist hier gerade ich habe sie getötet hallo ist hier noch einer oder ja das ist doch einer ja ok der ist tot ich esse erstmal was roh 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 wasserschlauch ich kann was trinken ist leer roh ich esse nen snack ich muss dringend meinen rucksack umändern das reparaturwerkzeug hatte ich auf 1 das kommt jetzt weg so ein reparaturwerkzeug ja das ist gar nicht dass du sowas schon kennst das habe ich tatsächlich schon so rucksack das da kommt auf die 4 4 das da kommt auf die 3 das da kommt auf die 2 das da kommt auf die 1 ich hätte eine hand gemachte keule und eine keule ich glaube die sind besser als die ach ach ne warte mal die achse ist ja gerade als die axt schadenschwindigkeit was ich bin gleich tot was okay so bin ich zu dir ja dankeschön was ist der dank dafür ich habe zwei baumharz wo kommen die hin in die in die hier vorne in die deckenlampen auch in die deckenlampen die gehört schon aber die braucht auch noch ein paar okay so also baumharz brauchen wir auch nur für die lampen ah ähm so ich brauche jetzt ich brauche jetzt dringend mal ein bisschen leben und ein bisschen was essen zum essen so das getrocknet getrocknet das kann ich hier leider nicht hinhängen holy shit was hier ist ein baby bitte was ein baby echt jetzt echt jetzt was macht man damit töten komm her schick sie an okay ich komme aber ich habe nicht mehr viel leben ich glaube ich schock eine medizin kurz jetzt bist du bei mir ja ganz genau drauf zu was macht das es springt dich an echt jetzt macht das schaden ja soll ich es besser gleich töten ja ja sag mich sowieso warst du da mit dem Thema ich frage mich auch warum ich dich nicht angegriffen hat ich habe irgendwie oh eine Taufehe ich habe eine Taufehe was hast du den Babykopf abgeschlagen ja ich bin ein Babymörder oh ich wollte zu den Kisten noch kurz hin was was gibt es so viel was ich noch machen muss hat das Baby geköpft also und und er bezeichnet mich als böse also ich weiß nicht in was für einer Welt wir hier leben aber du hast dich selbst als böse bezeichnet ja kann man mit dem Körper noch irgendwas machen von dem Baby ich weiß es nicht aber ich weiß nicht was du mit dem armen Baby noch anstellen möchtest das weiß ich auch nicht ich kommt drauf an was man damit machen kann nachdem dich das Baby komplett in Ruhe gelassen hat ja hä wo ist es hin wo ist die Leiche hin die spawned keine Ahnung kann doch hier irgendwo ist doch hier hin haben wir schon Medikamentenschrank ich habe hier gerade Medikamente die ich nicht mehr aufsammeln kann es gibt einen Medikamentenschrank äh nein haben wir nicht ja ein Regal ah jetzt weiß ich was ich machen wollte ein Regal bauen habe ich recht oder habe ich recht? äh ne ich war eigentlich gerade mitten dabei Essen aufzuhängen ok du kannst übrigens getrocknetes Essen auch ins Inventar packen das weiß ich so die Äxten sind alle roh so der hier ist glaube ich schon fertig den nehme ich mal mit nein der ist immer noch roh ich muss mal die Körperteile loswerden nicht herumschleppe ok dann bauen wir mal einen Schrank was ist das da? ich habe mal den Harzsammler fertig gebaut brauchen wir einen kleinen Schrank oder einen großen Schrank? war das eine ernsthafte Frage? macht das irgendeinen Unterschied? ja du kannst dann den großen natürlich mehr reinpacken sonst nichts? platzmäßig sind die sogar gleich groß echt? du meinst das Regal ne? ja ja du hast halt in dem einen einfach unten noch die Fächer und in dem anderen nicht ok ich habe uns ein Regal gebaut ok ich glaube er kostet auch irgendwie einen Baumstamm weniger oder so ach ja 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 das stimmt aber wir haben hier noch zwei Baumstimme liegen dafür arbeite ich gleich mal wo ist der zweite Baumstamm hin? ah da unten ja ich habe die irgendwann da hingelegt die waren überall ich habe gedacht dichter bei der Base ist besser als wenn sie irgendwo weit weg liegen hm weil ich baue immer den Stöcke ich wirf b